Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Belgique Profondé. Aber ist der Punkt nicht weit genug. Du willst mich doch echt gerade veräppeln, ne? Ey, was mache ich denn hier falsch? Das kann es doch nicht sein. Was habe ich denn hier falsch gemacht? So, wir müssen nochmal testen. Tut mir leid. Ah, ich dachte gerade, er hätte es... Nee. Natürlich wieder nee. So, da. Und dann da. Nee, da. Heider, neider. Ich habe nochmal einen anderen Kurs dahin gefahren zum Fermenter. Nee, aber den musst du aber abladen. Was mache ich denn hier falsch? So, guckt. Hier ist noch extra ein Kurs. Da. Geht ja so. Hier habe ich noch einen Kurs dazu gebastelt. Da. Na, er ist ein bisschen scheppig eingefahren. Den hatte ich noch dazu gefahren. Ich verstehe nicht, warum der nicht abkippt. Irgendwas habe ich doch da... Irgendeinen Bock habe ich doch drin. Falschen Modus oder was? Findest du hier keinen Punkt zum Abladen oder was ist die Phase? Oh, der Punkt ist zu weit. Ich glaube, ich habe den Fehler. Fahr mal zurück. Nee, zurück. Ja, der Punkt ist nicht... Wir müssen den Punkt, glaube ich, hin... Nix. Hallo. Das wird jetzt eine Häupelei hier. Was sollst du noch... Was machst du da? So, warte. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bist du Sven? Bist du Sven, die das... Ey, es geht mir so... Was ist denn? Jetzt. Mann, 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 Mann. Manchmal gibt es so Tage, ne? Da übst du und übst du und übst du und dann klopft es nicht. Du kannst aus. Du machst das jetzt. Wenn es das Letzte ist, was ich... Ah, den richtigen Punkt hat er schon mal, ne? Scheiter wahrscheinlich an dem Punkt, dass der zu weit... Nicht weit genug eingefahren war. Aber dann hat er den Punkt falsch gesetzt. Ich dachte, ich wäre weitergefahren. Es ist so, Mäuse melken. Kennt ihr das? Man macht und tut und dann klappt es nicht. Und dann fragt man sich immer, warum und wieso. Und ruckzuck sind es zwei Stunden lang. Immer so. Mir geht das immer so. Guck, da habe ich extra noch einen Kurs hingefahren. Ich habe mir gedacht, das wird taktisch kluger. Der muss abkippen. Der Punkt war wahrscheinlich falsch. Zu weit. Nicht weit genug. Jetzt hat er es. Wenn ihr jetzt zur Fläche fährt... Heider nein. Ja. Es ist... AD ist manchmal raus, ne? Echt, ganz ehrlich. Es ist nicht einfach mit AD. Ach, Mr. Sambalache ist schon wieder unterwegs, oder was? Du hast auch wohl nur Bock bei Svenny zu arbeiten, was? Dich schon sehe. Kriege ich ja schlechtes Läuenchen, ne? Kommt er da rum? Heider nein, oder? Learning by doing, ne? Ich bin nicht perfekt da drin. Ich lerne das auch. Jeden Tag neu. Vor allem, wenn er selber Kurs einfähig ist. Das ist echt ein Graus manchmal. Und wenn er jetzt gleich den Punkt noch wieder findet auf dem Feld, dann bin ich ja gut zufrieden. Dann können wir nämlich einen Dreschkasten zum Hof vorn. Den Fendt. Den Fendt können wir gleich schon mal zum Hof vorn, ne? Dreschkasten muss zum Hof. Dann läuft der Latz. Oh. Man sieht auch so viel, ne? Jesus, Maria. Das ist echt ein Graus. Eigentlich wollte ich Musik hören, ne? Wird nix mit Musik hören, ne? Ein Videojacht hast du nicht sieh. Den ist zum Mäuse merken manchmal. Okay. Ich glaube, Gies... Oh, du bist fertig. Dann müssen wir dich auch gleich zum Hof vorn. So, du brauchst kein Drescher mehr abtanken. Aber du findest den Weg eh nicht. Komm, wir fahren selber. Der soll ja wohl jetzt das hinkriegen hier, ne? Ich brauche hier simpler als die drinnen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Läuft. Der macht seinen Job. Hofer. Check. Walzen. Check. Wir haben zwei Flächen, haben wir gesehen, ne? Haben wir zwei oder drei Flächen gesehen? Ne. Zwei. Die andere können wir ja noch nicht sehen, ne? Ging ja noch nicht. Aufpassen, Svenny. Aufpassen. Geht doch noch nicht. Falscher Ingame-Tach. Im Grossman ist auch noch nichts, ne? Oh, bläschen. Verkehr bleibt jetzt aus, wenn wir mit AD fahren. Wenn es eh leid hier mit diesem Verkehr immer. Kannst du auch besser fahren, ne? Entspannter. Die brackeln dich nicht jedes Mal über den Haufen. Wagen können wir auch wegstellen, ne? Den Wagen können wir auch wegstellen. Läuft. Trashkasten zum Hof. Ja, jetzt schneit weg. Musste ich eben leider so an der Seite setzen. Das ging nicht anders. Das ging mal nicht anders. Hoffentlich passt sie da rein. Könnte ein bisschen bohrnig Knopf werden, ne? So wie es nämlich aussieht. Ach, locker. Wo mache ich mir denn Gedanken drum? Zehn Meter Platz noch zwischen. So, du kommst auch zu dem Hof. Der macht das, ne? Wenn du nachher noch alleine zu dem Hof fährst, bin ich hier schon mal top zufrieden, ey. Eidernei, Wattengraus, ne? Bis man der erstmal den Fehler findet und ach, Herr Blusshoff. Ich habe den Dreschkasten noch gar nicht reingeklappt, oder? Hat der CP schon gemacht, ne? Das war's mit unserer Ernte für diesen In-Game-Tag. Der nächste steht erst am nächsten In-Game-Tag an, ne? Oh, Sven, die hat so viel Geld ausgegeben. Die ist ja klar, dass du noch einen Rübenroder mieten musst, ne? Alles klar. Weiß Bescheid. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Eidernei. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. Ui. Ne, wir müssen da noch ein Stück weiter. Hier müssen wir es hin. Wir können die Wiese noch düngen, ne? Das können wir noch machen. Das läuft, ne? Das sind wir. Ja, glaube ich, ganz unten, ne? Aber die ist ein bisschen dunkel. Das ist manchmal nicht so schön, ne? Das soll ich ja ganz ehrlich sagen. Ein bisschen dunkel. Aber er rennt. Guck mal da. Siehst du da? voll in die Tal, da. Wir können ja auch hier rausfahren, ne? Laut Adam Riesel. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Ja, dann müssen wir hier lang. Alles klar. Weiß Bescheid. Andere Seite vom Feld. Schwingen wir hin. Check-all. Das haben wir. Perfekto. Das ist jetzt unsere Fläche, ne? Da kommt die Müsl-Fabrik hin. Hoffentlich passt das. Hoffentlich passt das. So ein bisschen bedenken, ne? Ob das auch alle passt. Aber so, wo passen, ne? Guck mal. Läuft. Gut. Da haben wir gedüngt. Andere braucht man nicht düngen. Die eine Wiese müsse wir noch düngen. Dann machen wir mal nächste Folge. Wir gucken gleich mal nach, ob der Ladewagen das jetzt auch wirklich hinkriegt. Dass da ein Checkkalken hinter kann. Dann könnten wir da nämlich noch einen Tiefenlockerer ansetzen, oder? Rein theoretisch. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch düngen. Wir müssen noch Heu abladen. Dann könnte der in der Zeit Tiefenlocker, ne? Dann ist das fertig und wir brauchen uns da nicht mehr drum kümmern. Darum geht's ja. Ich hätte auch da reinfahren können, ne? Hätte, 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 hätte der Hund nicht Puh gemacht, hätte er einen Fuchs gefangen, ne? Oder wie heißt er denn so schön? Ja. Oder kanntet ihr das nicht? Hätte der Hund nicht Puh gemacht, hätte er einen Fuchs gefangen. So ist er denn liegen. So, dich brauchen wir auch. Du kommst oben, mein Hof. Denn Guck ihm mal da. Oh, Silo. Ja, ist doch Silo. Ist keine Missplatte. Hier ist Missplatte. Mischer. Mischer brauchen wir. Dann stellen wir ihn hier hin. Mal hier so hin. Oh, 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 oh. Er will zum Hof fahren. Oh, oh. Ja, okay, das gucken wir uns heute nur an. Es ist jetzt egal. Vielleicht schafft Gisela das hier. Ne? Läuft. Vor allem die Nase. Die Nase läuft. Also Miss warm. Echt, das ist zu Mäuse melken, ne? Irgendwann stimmt doch hier nicht. Willst du jetzt erst hier eine Runde dahin schaukeln? Okay. Ich muss es nicht immer verstehen, ne? Ich muss es jetzt. Willst du sie zum Entladen fahren? Gib dem Schlepper nochmal richtig die Sporen. Ich glaube, ich muss mal ein doppelseitiges Teaser unter meinem Mauspad machen. Ne, das ist nur an durch die Gegend rutschen, ne? Da kriege ich ja ein Föhn bei, ne? Das sind schon schöne Bilder, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Gisela, passt ein bisschen auf Hoppeläschen auf, ne? Guck mal, wie die das macht, ne? Von aller Gemeinsten ist das. Herrlich. Herrlich. Guck mal, er läuft, läuft, läuft. Oh, herrlich, ne? Oh, herrlich, ne? Bitte, Gisela, lad mal ab, da. Ne, das wäre so liebensgewürdig. Wenn du das machen würdest, ne? Liebe Gisela. Ja, ich habe den Krieg gewonnen. So, liebe Leute. Ich sage jetzt aber erst mal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.